Hallo zusammen, hier ist wieder heute ein Arsch, was ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute so ein kleines Kisten-Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Party-Sink-Kisten öffnen. Und dazu war ich wieder ein bisschen fleißig, hab diesmal ein wenig mit meinen Hortenschas hier im Legion gequestet. Und da haben wir ein paar Kisten rausgezogen. Insgesamt wollen wir jetzt wieder 20 Party-Sink-Kisten einmal aufmachen. Und ja, hier haben wir schon mal einige geborgene Truhe mit Vorräten, schimpfen sich die. Und mittlerweile brauche ich ja jetzt nicht mehr allzu viele Items. Es ist nur noch zwei mit dem Rogue, eine mit dem Shami, eine mit dem DH und noch einige mit dem DK. Da habe ich jetzt noch nicht sonderlich viel gequestet mit. Und ja, ich hoffe, mit dem DK hier werden wir das eine oder andere rauskriegen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit der ersten Kiste. Und was haben wir da? Eine Waffe, die ich auch noch brauchen konnte. Dann sind es nur noch fünf Items. Schulterstücke, Stulpen, Gürtel, Brustplatte und noch eine Runenklinge vom Unholy sehe ich gerade. Warte, dann sollten wir vielleicht mal auf Unholy stellen. Gut, waren die ganze Zeit nicht auf Unholy gestellt. Perfekt. Dann haben wir Schuhe drin. Ein Trinket, das bringt mir keinen Temok. Noch ein Trinket. Und noch mal Schuhe. Na ja, komm, Schultern wäre mal nice. Noch mal eine Waffe. Noch mal eine Waffe. Ein Ring. Ah, hier we go, da sind die Schultern, sehr schön. Dann Stulpen oder Gürtel vielleicht. Ah, na ja, gut, eine Brust nehme ich auch. Sind es noch drei Items. Noch mal eine Waffe. Noch mal die Schuhe. Noch mal die Brust. Komm, Stulpen. Oder Gürtel. Die Runenklinge können wir, glaube ich, nicht kriegen, weil ich nicht Anholy gestellt hatte. Hose. Kopf. Oh, jetzt haben wir noch zwei. Ne, drei haben wir noch. Jetzt haben wir noch zwei. Noch mal eine Waffe. Und komm, vielleicht noch der Gürtel. Ah, schade. Noch mal die Waffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal hatten wir die Waffe drin. Ja, schon krass. Das waren jetzt wieder 20 Kisten. Ja, von sechs fehlenden Items auf drei runter. Ist doch nett. Viel fehlt jetzt nicht mehr. Overall sind es jetzt insgesamt noch sieben Items. Und ja, ich hoffe, ich kriege demnächst noch ein paar Kisten zusammen. Ein bisschen was habe ich hier noch im Momental liegen. Dann müssen wir noch einen Ticken auffüllen. Und ja, dann heißt es wieder kleines Kisten-Opening. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Opening wieder. Eutela. Bis dann. Ciao. Ciao. Vielen Dank.